Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Wir kommen zur heutigen Marktübersicht. Die Nachrichtenlage war heute durchwegs überschaubar. Wir hatten glaube ich so das Highlight des Tages war, dass der Deutsche Bundestag heute die Impfpflicht abgelehnt hat, also auch die Impfpflicht für über 60-Jährige. Dieses Thema scheint jetzt zumindest vorerst mal vom Tisch. Des Weiteren nimmt einfach insgesamt die schlechte Nachrichtenlage jetzt derzeit zu. Die Themen, die uns eigentlich generell beschäftigen, wie Inflation, Kriegsangst, natürlich auch Corona, werden aktuell wieder ein bisschen mit mehr Nachdruck präsentiert in der Presse, was dann einfach grundsätzlich zu einer eher schlechteren Stimmung an den Börsen führt. Grundsätzlich darf man sich aber hier nie aus der Ruhe bringen lassen, sondern muss wirklich hier stoisch sein Ding durchziehen. Hier wirklich an den Charts oder welche Analyseform man eben wählt benutzen, um sich wirklich hier nicht aus der Ruhe zu bringen lassen. Denn langfristig sind es einfach die Phasen der Korrektur und die Phasen, wo die Börsen auch runtergehen, sind die Phasen im Endeffekt, wo der Investor über Investitionen nachdenken sollte. Und eben die Phasen, wenn dann das Wetter wieder schöner wird sozusagen und die Meldungen wieder freundlicher werden, da sollte der Investor dann eigentlich über Gewinnmitnahmen nachdenken. Das heißt, aktuell ist eigentlich eher wieder die spannende Phase, wo es unsere Aufgabe ist, schöne Einstiege zu finden. Und das werden wir uns heute in diesem Video mal anschauen. Wir kommen wie immer zu den fünf stärksten und schwächsten Aktien des Tages. Die fünf Gewinner des Nasdaq 100 waren heute Costco, O'Reilly Automotive, Idex Laboratories, Regeneron und AstraZeneca. Die fünf schwächsten Titel des Tages waren Pindu, Du, Lucid Group, JD.com, Baidu und Marvel. Also man sieht, China Tech war heute unter anderem wieder etwas unter Abgabedruck. Wir kommen zu den Charts des Tages und fangen hier wie immer an bei der Volatilität, dem WIX. Hier sehen wir, dass wir heute keine neuen Hochs generiert haben. Die Märkte haben zwar noch mal etwas abverkauft heute, aber der WIX hat im Vergleich zu gestern kein neues Hoch generieren können. Wir hatten ja gestern ein sehr, sehr starkes Finish in den Aktienmärkten. Das heißt, hier gingen die Kurse dann teilweise wieder sehr stark nach oben. Der Dow Jones hat, glaube ich, sogar noch seine gesamten Verluste gestern weggemacht von dem Tag. Also durchaus beeindruckendes Finish, was wir auch hier in dieser Tageskerze in der Volatilität von gestern sehen. Hier wurde wirklich ein großer Teil der Volatilität abverkauft gestern nochmal. Und aktuell sind wir wieder ein bisschen gestiegen. Wir sind jetzt aktuell bei 23 in der Volatilität, also durchaus wieder in dem Bereich der etwas erhöhten Volatilität. Wir gehen jetzt hier auch in so einen leicht parabolischen Anstieg. Das ist durchaus typisch, vor allen Dingen für die ersten Tage, wenn die Volatilität steigt, dass sie das dann teilweise sehr, sehr steil tut. Und es ist dann wirklich hier die Frage zu schauen, wie hoch geht es. Ich könnte mir jetzt eben aktuell nicht vorstellen, dass wir wieder in diese extremen Bereiche der Volatilität vordringen, also jenseits der 30. Ich denke sogar aktuell, dass wir es diesmal nicht mal über die 25 schaffen in der Volatilität. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen. Grundsätzlich bin ich nach wie vor sehr optimistisch, dass wir derzeit nur eine kleinere Korrektur an den Märkten sehen, die danach wieder mit Aufwärtsdruck gefolgt wird oder von Aufwärtsdruck gefolgt wird. Wir kommen zum DAX und der DAX zeigt uns heute Schwäche. Wir sehen hier, dass wir im DAX heute an der 20-Tageslinie abgeprallt sind. Das heißt, wir haben hier nochmal versucht, ein bisschen zu steigen. Wir sind hier an den 14.340 Punkten, was ja das 23er Fibonacci ist, was uns hier die Tage zuvor als Support gedient hat. Das war heute knallharter Widerstand und eben hier auch gleichbedeutend mit der 20-Tageslinie. Aktuell driften wir jetzt hier so auf das 38er Fibonacci zu, von dem letzten Tief bis zum Hoch. Ich könnte mir hier vorstellen, dass wir hier eintauchen in das 38er Fibonacci, hier in diese Zone und hier eventuell runterkommen. Meine Zielzone sozusagen für diese aktuelle Korrektur beim DAX werden so zwischen 13.677 Punkten und 13.381 Punkte circa. Ich könnte mir dann gut vorstellen, dass wir hier so zwischen dem 50er und dem 61er drehen und hier dann wieder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung einstellen. Das müssen wir jetzt aber die nächsten Tage abwarten. Aktuell wäre ich noch ein bisschen vorsichtig mit neuen Long-Positionen. Wir haben hier immer noch diesen Downtrend, der uns hier begleitet und haben gleichzeitig auch hier jetzt diese Korrektur, die einfach von den Fibonacci-Levels her noch nicht abgeschlossen ist. Hier wäre die Korrektur sozusagen perfekt beendet, wenn wir hier auf das 50er runterkommen oder hier so in dem Bereich zwischen dem 50er und dem 61er Fibonacci. Der S&P 500 hat heute kein neues Tagestief erzeugt. Das müssen wir uns hier mal genau anschauen. Das heißt, wir hatten jetzt hier im Vergleich zu gestern tatsächlich wirklich einen Doppelboden sozusagen. Das heißt, wir waren gestern bei den 4.451. Das war das Tief des Tages und heute war es wirklich exakt das gleiche Tief. Na gut, wir waren heute bei 4.451,1 in den Futures und gestern 0,7. Also absolut technisch gesehen waren wir ein bisschen tiefer als gestern. Insgesamt ist es aber durchaus so, dass hier der Abwärtsdruck nicht zu brutal ist derzeit. Ich könnte mir hier vorstellen, auch ähnlich wie beim DAX, dass wir hier uns das 38er Fibonacci anschauen bei 4.436 Punkten. Eventuell, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen hier Richtung 50er Fibonacci bei 4.373. Aber dass wir dann spätestens hier wieder Stärke bekommen in den Märkten. Hier läuft dann auch die 100-Tageslinie. Die läuft derzeit so bei ca. 4.416. Also die exponentielle 100-Tageslinie, die könnte ich mir sehr, sehr gut dann hier als Support vorstellen. Die wird hier dann genau reinlaufen in diese Zone. Wenn wir das hier mal ein bisschen noch ausdehnen, den grünen Bereich. Das wäre hier so die Golden Zone seit diesem Tief bis zum Hoch des Fibonacci eben zwischen 38 und 61. Und ich könnte mir hier beim S&P vorstellen, dass wir hier vielleicht noch mal ein bisschen tiefer kommen. Aber dann spätestens hier in dem Bereich um des 50er Fibonacci Stärke finden. Man darf nicht vergessen, der S&P war in der ersten Bewegung sehr, sehr stark. Das heißt, wir sind hier, wenn wir uns das hoch zum Tief nehmen, sind wir hier aus der Golden Zone ausgebrochen. Sind dann zwar hier oben zum Stehen gekommen, aber grundsätzlich ist der S&P hier sehr, sehr bullisch unterwegs. Und deswegen kann es auch durchaus sein, dass die Korrektur eben nicht so tief geht, wie man es sich normalerweise wünschen würde. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass wir noch mal den Bereich der 4300 Punkte antesten würden. Hier wäre in etwa das 61er Fibonacci. Sondern ich denke, dass wir hier eine Stufe höher spätestens drehen. So auf Höhe von 4.375 Punkten. Das wäre in etwa das 50er Fibonacci. Das wäre jetzt so meine Zielmarke aktuell für die Korrektur. Theoretisch könnte sie auch schon bei 4.436 abgeschlossen sein, wenn wir hier das 38er Fibonacci berühren. Einfach das Fibonacci bei euch zu Hause einzeichnen zwischen dem Tief hier am 24. Februar und dem Hoch am 30. März. Und dann habt ihr hier perfekt eure Fibomarken für den S&P 500. Der Nasdaq 100 macht auch technisch eigentlich alles, was man aktuell von ihm erwartet. Wir sind hier in der Korrektur. Auf was ich hier eingezeichnet habe, komme ich jetzt gleich zu sprechen. Das ist so ein bisschen meine Projektion, was im Nasdaq 100 uns bevorstehen könnte. Wir sind jetzt hier heute einmal kurz eingetaucht in diese Golden Zone. Auch hier ziehe ich jetzt mal rüber, weil wir sie heute jetzt berührt haben. Und wir sind hier, wir sind kurz eingetaucht in diese Golden Zone. Ich denke, das reicht noch nicht. Der Nasdaq war hier nicht ganz so bullisch unterwegs wie der S&P. Wir sind hier nicht aus der Golden Zone der ersten großen Welle nach oben ausgebrochen. Also praktisch, wenn wir uns hier das Fibonacci nehmen würden vom Hoch zum Tief, dann ist diese rote Zone hier die Golden Zone praktisch, wo man dann im Endeffekt davon ausgeht, dass der Kurs dreht. Das hat er hier perfekt getan, wirklich am oberen Ende. Und wir sind jetzt aktuell, sehen wir es hier, wir sind aus dieser Dreiecksformation ausgebrochen, sind jetzt hier in der Golden Zone. Ich denke, dass wir hier in etwa, wo ich diesen zweiten gelben Pfeil eingezeichnet habe, zum Stehen kommen. Das wären so rund, ich lege mich mal ungefähr fest, 14.000 Punkte. Ich denke, dass hier das Tief der aktuellen Korrektur erreicht sein sollte. Und was ich hier eingezeichnet habe, ist der sogenannte Measured Move. Also man kann Bewegungen projizieren charttechnisch, weil in der Regel die zweite Welle vom Ausmaß in etwa so groß ist wie die erste Welle. Und ich habe jetzt hier mal Folgendes angezeichnet. Wir haben ja hier die erste Welle, die ist abgeschlossen. Und wenn wir hier in etwa bei 14.000 Punkten, ich bin knapp drunter gegangen, um einfach ein bisschen konservativer zu rechnen, wenn wir hier dann die zweite Welle beginnen würden, und die würde praktisch von ihrem Ausmaß, was durchaus wahrscheinlich ist, genauso groß oder genauso lang sein wie die erste Welle, dann hätten wir einen extrem spannenden Punkt, wo diese zweite Welle zum Stehen kommen würde. Nämlich in etwa beim 88er Fibonacci seit der ganz großen Bewegung. Das wäre dann hier beim 88,6er, beim 8,8,6. Das ist ja der neuralgische Punkt im Fibonacci, wo wirklich starke Bewegungen auch in Charts dann passieren können. Ich habe auch hier zu passend dazu die Harmonik eingezeichnet. Also praktisch die erste Welle war die Welle runter in der Korrektur, dann diese kleine Zwischenwelle hoch. Dann eben der zweite Abverkauf hier auf den Doppelboden. Hier war dann das C und die Welle Dora, die könnte uns jetzt hier locker bis zum 88er führen. Und das wäre auch gleichzeitig der Measured Move von dieser ersten Welle nach oben. Das heißt, mein aktuelles Kursziel, da würde ich mich jetzt mal festlegen und einfach schauen, was dann passiert die nächsten Tage und Wochen, wäre jetzt hier eine Korrektur in etwa auf die 14.000 Punkte im Nasdaq und dann ein Anstieg auf circa 15.900 bis 16.300. Das lassen wir jetzt mal eingezeichnet und schauen, was passiert in nächster Zeit. Und Apple ist nach wie vor hier relativ stark unterwegs. Wir sind jetzt hier knapp unterhalb des 23er Fibonacci seit dem Tief zum Hoch. Das heißt, es ist aktuell noch eine sehr, sehr milde Korrektur. Wir haben jetzt hier den zweiten Tag, an dem uns die 20-Tageslinie hier in etwa bei 171 Dollar trägt. Wir sind heute von unten gegen das 23er Fibonacci gelaufen und haben es hier als ziemlich deutlichen Widerstand getestet. Ich würde mir hier bei Apple nach wie vor wünschen, dass wir hier korrekturmäßig in die Zone reinkommen, in die Golden Zone, dass wir hier irgendwo zwischen 168 Dollar und 161 Dollar landen und letztendlich dann hier drehen, um hier die nächste Welle aufwärts zu starten. Ich werde hier auf jeden Fall in den Videos drauf eingehen, sollte Apple hier eintauchen. Ich werde hier auch für mich Zielkurse und Limit Orders hinterlegen, dass ich hier in den Markt nochmal reinkomme, weil ich möchte mir dann auf jeden Fall auch hier für die Aufwärtswelle für die nächste ein paar Apple-Aktien ins Depot legen. Das bleibt jetzt auch abzuwarten. Nicht vergessen, wir haben hier oben noch einen Gap, also einen sozusagen, ich möchte jetzt nicht sagen vorprogrammierten Anstieg, aber grundsätzlich hat der Markt schon ganz gern die Eigenschaften. Wir sehen es jetzt hier auch, wir hatten hier einen Gap vom 28. März auf den 29. Die wurde dann zwei Tage später hier mit diesem Abverkauf geschlossen, das Gap. Und ich denke auch, dass wenn wir hier wirklich noch ein bisschen weiter runterkommen, dass der Markt dann auch hier beherzt zugreift und wir dann dieses Gap vom 5. auf den 6. April auch sehr, sehr zeitnah schließen würden. Das wäre dann in etwa schon mal wieder ein Kursziel von ca. 175 Dollar, was ich durchaus für realistisch halte bei Apple. Also wenn wir hier abtauchen, noch ein bisschen weiter runterkommen, vielleicht dann hier so auf die 100-Tageslinie, die kommt aktuell ca. bei 165 Dollar ins Bild, dass wir dann hier Stärke finden und auf jeden Fall, beziehungsweise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wieder nach oben drehen. Der Bitcoin, hier die Zeichnung von gestern kurz rausnehmen. zeigt eigentlich was sehr, sehr Schönes aktuell. Wir sind jetzt hier im Bitcoin. Ich möchte jetzt auch mal hier das meiner Meinung nach gültige Fibonacci einzeichnen, wo der Bitcoin sich aktuell bewegt. Ich nehme hierzu das Tief, praktisch den letzten Berührungspunkt hier auf diesem übergeordneten Trendkanal, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr signifikantes Tief. Ich denke, dass hier auch extrem viele Stop Losses drin sind. Also praktisch sollte der Kurs jemals unter die 34 Dollar nochmal fallen. Ich denke, dass wir es dann mit einem sehr, sehr starken Abverkauf zu tun haben. Insofern nehme ich jetzt hier mal das Tief des Fibonaccis und das Hoch natürlich hier am Top dieser letzten Bewegung und sehen, dass wir momentan auf dem 38er Fibonacci aufsetzen. Das heißt, hier wäre sozusagen jetzt das Mindestmaß der Korrektur abgearbeitet. Das heißt, grundsätzlich könnten wir jetzt hier wieder Stärke finden. Der Markt demonstriert es uns auch. Wir haben hier eine impulsive, aktuell grüne Kerze. So ein bisschen vom Bauchgefühl denke ich, dass wir aber noch einen Ticken weiter runter müssen. Wir hätten hier das 50er Fibonacci aus der letzten Bewegung bei circa 41.274 und dann das 61er Fibonacci wäre in etwa bei knapp unter 40.000 Dollar. Und ich denke mir auch, dass es hier so um den Bereich 42.000 war, immer so eine sehr, sehr kritische Zone beim Bitcoin. Sei es als Support, aber hier dann auch als Widerstand. Wir sehen hier diese gelbe Linie. Ich mache die mir ein bisschen dicker. Das ist in etwa genau die Linie, die bei 42.000 verläuft. Und man sieht hier schon, dass die immer wieder wichtig war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die hier antesten, vielleicht ein bisschen drunter dippen kurz und dass wir dann hier auf dem 50er Fibonacci so bei spätestens 41.200 wieder Stärke finden. Aktuell haben wir es auch mit dieser Mittellinie von diesem Preiskanal hier zu tun. Die könnte durchaus jetzt auch mal Relevanz kriegen. Theoretisch könnten wir dann hier auch drehen. Aber wir sehen es jetzt hier schon. Wir haben hier einiges an Support, was den Bitcoin im Zweifelsfall noch stützen könnte. Die Moving Averages, die haben wir jetzt leider Gottes bis auf die 50-Tageslinie hier alle schon unterschritten. Wir sind jetzt hier wieder unter der 200-Tageslinie, unter der 100-Tageslinie. Und aktuell stützt uns jetzt hier die 50-Tageslinie. Grundsätzlich bin ich im Bitcoin aber sehr, sehr bullisch und absolut optimistisch, solange wir hier auf jeden Fall diese 42.000 Dollar halten. Ich denke auch, hier könnte man auch durchaus mal einen Long-Trade dann nochmal probieren, dass man sich hier nochmal positioniert. Ich würde den allerdings abstoppen, sollten wir hier unter die 41.000 oder spätestens dann unter die 40.000 fallen. Dann würde ich mal schauen, ob wir uns hier unten an dem Trendkanal nochmal eine Berührung abholen. Und insgesamt, auch im Bitcoin ist es derzeit nicht mehr als eine normale Korrektur. Ja, Gold zeigt jetzt wieder Stärke. Und zwar sehen wir hier folgendes. Wir sind hier wirklich hartnäckig auf dem 50er-Betracement seit dem Tief bis zu dem Hoch dieser parabolischen Anstiegskurve und korrigieren jetzt hier wirklich fast auf den Millimeter genau auf diesem 50er. Mal sind wir kurz drunter, jetzt sind wir wieder knapp drüber. Also man sieht es hier wirklich, Gold ist sich hier absolut, der Markt ist sich hier absolut unschlüssig. Ob die Zeit von Gold jetzt hier vorbei ist, also praktisch, ob wir abverkaufen oder ob Gold jetzt nicht doch nochmal einen Run macht. Also ich würde mich jetzt hier auch aktuell noch nicht positionieren. Ich würde hier auf jeden Fall warten, bis wir diese Golden Zone entweder bullisch auflösen. Das heißt, bis wir hier entweder über die 1960 steigen oder unter die 1890 fallen. Das Steigen über die 1960 wäre für mich ein Long-Signal. Da könnte man sich dann auch relativ eng abstoppen. Weil wenn wir es hier dann nur mit einem kleinen Fake-Out zu tun bekommen, also praktisch theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass wir dann hier diese psychologische Marke von den 2000 vielleicht nur testen und dann wieder abdrehen, dann würde ich mich hier auf dem Einstieg wieder abstoppen lassen. Und wenn wir hier unten durchbrechen unter die 1890, dann wäre grundsätzlich mal der Weg frei hier unten auf das 78er oder das 88er Retracement. Also dann könnte man hier so kleine Trades mit einbauen. Insgesamt ist Gold jetzt hier absolut ein Münzwurf. Also wie gesagt, wer hier eine Ahnung hat, wo es lang geht, kann mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mir hier jetzt aktuell gerade keine Prognose zutrauen. Der Indikator im Daily, der MACD zeigt ein bisschen eine bullische Divergenz an. Das heißt, wir machen jetzt hier in etwa die gleichen Preislevels, aber das negative Momentum nimmt etwas ab. Das wäre jetzt ein eher bullischer Indikator, dass es hier wirklich nochmal ansteigt. Aber das ist mir alles noch zu vage. Ich würde jetzt hier aktuell keine Prognose treffen, sondern wirklich abwarten. Vielleicht bekommen wir sowas wie eine sehr, sehr starke Impulskerze, dass wir hier nochmal in diesen Aufwärtstrend eintauchen bzw. reinkommen wieder und den hier backtesten. Dann könnte man sich hier sehr, sehr schön long positionieren. Ich wäre insgesamt aktuell aber ein bisschen vorsichtig mit neuen Positionen im Gold. Ja, Öl. Ich lege mich fest. Ich hatte ja die letzten Tage immer wieder probiert, mich hier festzulegen und wurde immer wieder bitter enttäuscht von Öl. Jetzt würde ich mich allerdings wirklich festlegen, dass dieser Öl-Trade vorläufig mal vorbei ist und wir hier zumindest mal diese 88 US-Dollar antesten, also sozusagen das untere Ende der Golden Zone. Eigentlich so richtig vorbei wäre diese Bewegung jetzt aktuell, wenn wir hier unten auf das 886 mal kommen. Das wären so circa 70 Dollar. Das wäre dann auch eine schöne Korrektur von dem Hoch von 130 Dollar. Und ich denke, dass sich der Markt dann hier unten auch wieder long positionieren würde. Ich denke nicht, dass der Öl-Run jetzt generell vorbei ist. Ich glaube, dass wir dieses Thema noch eine Zeit lang auf dem Teller haben werden. Aber grundsätzlich aktuell wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit frischen Long-Positionen. Vor allen Dingen hier. Gut, wir sind jetzt aktuell auf einem 50er-Retracement. Das könnte durchaus schon ein Kaufzeitpunkt sein. Aber wir haben jetzt hier so eindrucksvoll diesen Aufwärtstrend gebrochen, dass ich mich jetzt hier und sehen jetzt auch hier sehr, sehr viel bärisches Momentum. Also wir sehen jetzt heute, ist wieder eine engulfigen Kerze. Also praktisch der Körper der Kerze verschlingt, naja gut, sogar fast den kompletten Wick von gestern. Also das ist schon ein sehr, sehr bärisches Signal. Und ich würde jetzt hier mal warten, wie tief der Markt hier noch abtauchen will. Grundsätzlich wäre das 61er schon ein guter Kaufzeitpunkt. Wenn man hier Stärke findet im Markt und man sieht, hier dreht es wirklich, dann könnte man hier mal was probieren, sich relativ eng abstoppen lassen, falls wir praktisch doch durchbrechen, dass man hier raus ist. Aber grundsätzlich würde ich mir hier die Situation jetzt erstmal anschauen im Öl, ob wir hier nicht wirklich mal doch ein tiefes Retracement bekommen auf die 75 Dollar oder 76 Dollar oder eben auf die 70 Dollar. Hier unten, muss ich sagen, werde ich aber dann auch nochmal long gehen im Öl, weil ich eben der Meinung bin, dass der generelle Druck aufs Öl noch nicht vorbei ist. Jawohl. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Das war es mit der heutigen Marktübersicht. Lass dem Kanal ein Abo da und schau mal in die Videobeschreibung. Da findest du den Zugang zu unserem 10x Trading Discord. Schönen Abend. Danke und ciao.